Vielen Dank. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege von Notz, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir bei einer so wichtigen Debatte, wo wir wirklich eine schwierige Materie regeln, wo es auch keine einfachen, schnellen Antworten gibt, einen politischen Streit in der Sache hätten führen können. Stattdessen eine Aneinanderreihung von Polemik und selektiver Wahrnehmung, wo ich wirklich sagen muss, das trägt nichts dazu bei, aber gar nichts. Es stimmt, vor drei Jahren hat dieses Thema Bedeutung gewonnen mit den Enthüllungen von Snowden. Dann kam die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses, wo alle Kollegen aller Fraktionen bewundernswerte Arbeit leisten und noch dabei sind. Dann kam die Arbeit der Taskforce des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die diese Lektorenpraxis des BND untersucht hat. Und dann konnte man kritisieren, man musste kritisieren, weil vieles nicht in Ordnung war. Man durfte auch, wenn man wollte, Skandal schreien. Das bleibt jedem selber überlassen. Ich bin da immer etwas differenzierter. Aber kritisieren musste man. Aber ich finde, drei Jahre danach wäre es angebracht, nicht immer noch mal krampfhaft sich daran festzuhalten, an der Erregung des Sommers 2013, und dauernd nur zurückzublicken, sondern zu sagen, wo geht jetzt der Weg hin, was tun wir, dass sich diese Dinge nicht wiederholen, und schaffen wir einen guten Rechtsrahmen für den BND. Das wäre der Schwerpunkt einer guten Debatte. Das wäre ergeblich. Und ich hätte... Jetzt ganz ruhig. Und ich benenne ja die Kritikpunkte. Die sind ja da. Eine unzureichende Kontrolle durch das Kanzleramt in der Vergangenheit. Das haben wir auch als PKGR gesagt. Fehlende Richtlinien und Anweisungen für die Umsetzung der technischen Aufklärung. Eine Rechtsgrundlage, Herr Kollege von Notz, die fast nichts verboten hat, weil sie generalklauselartig war, und es immer Auslegungsfrage war, war ein Grund, die Mitarbeiter haben sich nicht per se rechtswidrig verhalten. Die waren in einer ganz unglücklichen Situation, dass es nur einen Paragraf gab, nach dem Motto, wenn es euch hilft, dürft ihr alles. So kann man es zusammenfassen. Und das hat die in diese Probleme gemacht. Und das korrigieren wir und machen eine präzise Rechtsgrundlage. Und dann, und der vierte Kritikpunkt, neben den drei genannten, auch eine unzureichende parlamentarische Kontrolle. Dazu haben wir im ersten Top etwas geändert und etwas beschlossen. Und wir reformieren das BND-Gesetz. Und ich habe aus gutem Grund vor, die Sachverständigen genannt. Ja, die haben auch Kritik geübt. An zwei Punkten vor allen Dingen. Am unabhängigen Gremium, das die Selektorenpraxis überprüfen soll. Da haben aber alle gesagt, verfassungsrechtlich unproblematisch, man kann es so und so sehen. Und einige Sachverständige, warum zitieren Sie nicht Artikel 10? Das stimmt. Aber nennen Sie mir doch bitte, bevor Sie hier ein Szenario malen, wo man meinen könnte, in diesem Land geht alles drunter und drüber. Das Gegenteil ist ja der Fall. Nennen Sie mir bitte ein Parlament auf der Welt, das sich so intensiv mit diesen Vorgängen befasst hat. Nennen Sie mir eine Regierung auf dieser Welt, die ein Gesetz vorgelegt hat für Ihren Nachrichtendienst. Nennen Sie mir ein Parlament, das so die Konsequenzen gezogen hätte wie mir. Nennen Sie es. Es gibt keines. Es gibt keines. Und dann, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Dann können wir immer noch, Herr Kollege von Notz, das würde ich ja gerne führen, die sehr anspruchsvolle Rechtsfrage, die sehr anspruchsvolle Rechtsfrage, gilt der Artikel 10, unser Fernmeldegeheimnis. Gilt der auch in einer Krisenregion wie Raqqa, da, wo der IS herrscht. Darum geht es doch, weil es bei der Auslandsüberwachung darum geht, dass der BND eine andere Chance hat, er nämlich nicht, Datenströme im Ausland, in einer Krisenregion, zwischen zwei ausländischen Gesprächspartnern, analysieren können muss, wie wollen wir denn auf Terrorverdächtige kommen, wie wollen wir sie denn entdecken, wenn nicht so. Und deshalb brauchen wir diese Maßnahme. Herr Kollege Binninger, gestatten Sie jetzt eine Frage des Kollegen von Notz? Alles andere hätte mich überrascht, und ich gestatte sie natürlich. Das ist dann die Verlängerung Ihrer Redezeit. Unsere Absprache wird jetzt offenkundig, Herr Kollege Binninger. Irgendwann kommt es raus. Aber ich tue Ihnen den Gefallen. Erklären Sie mir, Sie reden jetzt von Raqqa. Und meiner Ansicht nach auch unzutreffend hat eben der Kollege Fliesek gesagt, die Europäer wären jetzt geschützt. Ist es denn so, dass europäische Selektoren nicht mehr gesteuert werden können? Schließen Sie aus. Es gab kein einziges europäisches Land, das nicht betroffen war. Und sagen Sie in Zukunft, dass das nicht mehr der Fall ist. Ausspälen unter Freunden geht nicht mehr. Oder geht es eben doch durch dieses Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen? Dann bekennen Sie sich auch dazu und reden Sie nicht von Raqqa. Also, Herr Kollege von Nutz, natürlich geht es im Schwerpunkt um Krisenregionen, wie Raqqa, wo der IS sein Terrorregime etabliert hat. Und wir schließen im Gesetz aus, dass europäische Bürger davon betroffen sind. Es sei denn, und wir garantieren doch keine Immunität, viele der Terrorverdächtige kommen doch auch aus Europa. Wir haben 5.000 IS-Kämpfer aus Europa. Die wollen Sie doch nicht schützen ernsthaft als Grüne. Oder muss ich das so verstehen? Und wir sagen, nein, Herr Kollege, von mir aus kannst du auch sitzenbleiben. Ich sage dir es trotzdem. Nein, aber wenn Sie noch antworten, dann bitte ich Sie aufzustehen. Denn ein Satz noch. Wir schützen EU-Bürger und Institutionen, wenn es um die strategische Fernmeldeaufklärung geht. Wenn aber diese Bürger oder jemand anders in die Nähe kommt von Proliferation, von internationalem Terror, dann schützen Sie sie nicht. Das wäre ja auch verrückt, zu sagen, ein belgischer Terrorverdächtiger ist geschützt, nur weil er EU-Bürger ist. Deshalb, glaube ich, haben wir hier eine klare, wir haben eine klare und gute Differenzierung gefunden, dass, wenn es Bezüge gibt zum Aufgabenfeld des BND, kann es keinen Schutz geben, im Interesse unserer Sicherheit. Wenn das aber nicht der Fall ist, sind EU-Bürger geschützt. Ein gewaltiger Schritt nach vorne. Nein, also über Terror zu reden, ist sicherlich unseriös, Herr Kollege von Notz. Wissen Sie, so ein bisschen analog zum Kollegen Schuster, der vorher einen flotten Spruch gebracht hat. Sie sagen einerseits die Grünen, wir hätten gern leistungsfähige Nachrichtendienste. Bei Ihrer Community müssten Sie aber irgendwie Rabau machen und sagen, das ist alles ganz schlimm. Aber den Nutzen der Arbeit, den hätten Sie schon gern. Sie trauen sich es nur noch so richtig zu sagen. Das ist für mich Heldentum nach Ladenschluss, was Sie da machen. Heldentum nach Ladenschluss. Ich bin zutiefst davon überzeugt, und wenn Sie immer wieder sagen, wir erlauben jetzt Dinge, die vorher verboten waren, dann stimmt das einfach nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, legen Sie, auch Ihnen, Frau Renner, legen Sie die beiden Gesetzentwürfe nebeneinander. Schauen Sie, was vorher geregelt war, nur in einem Paragraf, eine Generalklausel. Schauen Sie, was wir heute geregelt haben, Anordnungswege im BND, im Kanzleramt, ein Gerichtergremium, das die Selektoren prüft. Wir haben klare Definitionen, wo wir Dinge ausschließen, wie Wirtschaftsgymnase, EU-Bürger werden geschützt, und wir haben einen Paragraf für den Kernbereich Schutz. Also da, man kann dann immer noch sagen, politisch gefällt mir das nicht. Einverstanden. Dafür sind wir unterschiedliche Parteien. Aber zu sagen, jetzt wird erlaubt, was vorher verboten war, ist unfug und unseriös. Und da bitte ich Sie, das doch deutlich zu lassen. Vielen Dank. Das war jetzt vorbildlich. Für die SPD-Fraktion hat jetzt die Kollegin Gabriele Vograscher das Wort.